Yo, Servus Leute und herzlich Willkommen bei X4Travels. Ich bin der Nexus und ich bin heute wieder nicht alleine. Der Kerem ist nämlich auch mit dabei. Ja, sehr, sehr, sehr. Ja, er war krank oder ist immer noch krank, fühlt sich aber besser. Und ja, genau. Im Hintergrund seht ihr ein mp3-Gameplay, er spielt von mir. Ist eine P90 Moab. Ja, die Klasse packe ich einfach in die Beschreibung. Keine Lust, es jetzt oft zu sagen. Und ja, wir haben nicht umsonst das mp3-Gameplay genommen, weil, ja, wie im Titel schon steht, ist Black Ops 2 überhaupt noch spielbar. Ja, der Kerem, fängst du an? Ja, also, wie der Rest, die deutsche Community ist, also, sie facken ab. Jeder kennt die Story, ne, wegen dem ganzen YouTuber, die glauben, dass sie so heftig wären, weil sie 100 plus gegen No Hands spielen und so. Aber auf PC, äh, wir haben fast 6.000 Spieler online, wenn gut, der so über 10.000, aber das ist selten. Aber von dem anderen Spieler sind 90% deutsch oder tryharder und das fackt einfach nur ab, können keine Gameplays erspielen und so. Also, das ist wirklich ein. Ja, genau. Also, wie gesagt, Schwitzer sind überall. Immer die Standardklassen, äh, Scar Age, AN, MSMC, denn mit den Standardperks Schalldämpfer schafft, schnelles Magazin und, ja, ich glaube, wenn man die Hälfte von den Klassenperks einfach auspatchen würde, die keiner braucht, das würde keiner aufhören. Ja. Das wäre einfach das gleiche. Ja, das gleiche Spiel. Äh, also. Ja, genau. Und das erste Mal auch gleich beim zweiten Punkt, auf dem PC spielen vielleicht höchstens 10.000 Mann Black Ops 2. Zum Beispiel, wenn man jetzt, äh, den neuen Modi Objective Mosh besucht, man findet keine Spieler. Das spielt gar nicht. Das ist, äh, in den Game-Modis sind, äh, Sprengkommando drin, Hardpoint. Richtig geile Modis, Capture-A-Flag und Headquarters. Aber, keiner spielt das und die Game-Modis gehen einfach runter. Ja, meiner Meinung haben sie das auf PC gemacht. Sie haben doch Xbox, wo tausend Leute, oder 10.000, 100.000 Leute zacken. Auf PC, äh, früher hat man Stellung gezockt, wo die absoluten Consoleros waren. Also, Nohens, die auf PC nichts kennen. Ich glaube, dass sie fast das Spiel nicht mehr öffnen können, aber, ja, aber, das ist einfach so. Auf PC, äh, da sind viel mehr Skiller als auf der Konsole. Könnte nichts sagen dagegen. Brauchst viel mehr Skiller als nur, hey, irgendwas jetzt dran zu machen und tut tut tut. Das ist der Sinn, ey. Da brauchst du keinen Skiller. Das ist einfach so. Okay, also, na, wie gesagt, man findet einfach zu wenig Lobbys auf dem PC. Wenn man ein bisschen später sucht, dann findet man kaum noch in der Herrschaft oder Abschnitt bestätigt Lobbys. TDM kannst du mittlerweile auch nicht mehr spielen. Ja, das ist einfach so. Und jetzt, was die großen YouTuber auf PC machen, äh, werden ein paar Nohens von TDM und lassen sie einfach in Milner Spieler und dann machen sie so, Triple Looker Life, dicke Schöne. Ja, mit solchen Nohens kann jeder etwas schaffen. Das ist einfach so. Aber wenn man keine Lobby finden, dann ist das auch okay. Also, ähm, ja, zu wenig Lobbys, nur Stützenwahl von Black Ops 2. Ich denke, das neigt sich dem Ende zu, wenn jetzt nichts mehr passiert. Ähm, ja, wir werden in nächster Zeit, ja, noch die restlichen Videos von Black Ops 2, denke ich, mal hochladen. Wunderbar. Vielleicht. Äh, wenn wir aktuell mal welche spielen. Aber vielleicht so höher als, also so Kills in TDM, so 50 Kills oder so, aber das wird echt schwer, aber wir werden das versuchen. Wenn man wieder Lust hat auf Black Ops 2, dann weiß ich noch, was dabei rauskommt. Ja, und da breit die Spiele, da breit die Spiele zur Zeit müsste mehr kommen. Und Ghosts auch, ne? Ghosts natürlich. Ghosts bestes Spiel. Äh, ja, Best, der Last in Light for the String and the, ähm, was? Ja, okay. Ähm, was wird noch kommen? Ich weiß nicht. Vielleicht ein paar Minecraft Let's Plays. Ja, Minecraft, ja, keine Ahnung. Ja, Minecraft, ja. Keine Ahnung. Ja, Minecraft, ja. Aber vielleicht können wir machen, so, ähm, gucken. Ja, Battlefield 3, weiß ich nicht. Ja, Battlefield 3, äh, fing der Kerl an jetzt an, hat Bock auf das Spiel. Ja, nicht so wie Ghosts, eigentlich, liebe ich Ghosts, meine wahre Liebe, ey. Was Nike. Ja, also wie gesagt, ein paar Nuklears werden noch hochladen, das finde ich der Serie auf jeden Fall. Und, ja, das war's dann eigentlich. Ja. Black Ops 2, ja. Ja, du hast ausgelöst. Auf PC, kann ich sagen. Ja, ist wirklich so. Okay, dann, das Gameplay geht jetzt noch eine Minute, eineinhalb Minuten. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei dem restlichen Gameplay. Ja. Lasst einen Like da, am Abonnentor. Ja. Haut rein. Haut rein. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020